Ein mysteriöses Massensterben beschäftigt derzeit die Forscher in Sibirien. Am Baikalsee lebt eine Robbenart, die nirgendwo anders vorkommt und somit ohnehin schon selten ist. In den letzten Tagen sind aber über 100 dieser Baikal-Robben tot angeschwemmt worden. Und niemand weiß warum. Auch erste Untersuchungen im Labor haben letztendlich keine endgültigen Antworten auf diese Frage gebracht. Bei Touristen sind sie beliebt. Die Baikal-Robben gelten als Wahrzeichen des Baikalsees. Er ist der weltgrößte Süßwasserspeicher. Mit mehr als 1600 Metern Tiefe ist er auch der tiefste See der Welt. Bei den dort lebenden Robben hat es bereits einmal ein Massensterben gegeben. In den 80er Jahren sind mehr als 7000 Tiere an einer Viruserkrankung gestorben. Zuletzt wurden mehr als 140 angeschwemmte Tierkörper gefunden, die meisten davon trächtige Weibchen. Es kann sein, dass eine giftige Substanz im Wasser das Ganze ausgelöst hat. Jetzt werden Wasserproben untersucht. Wissenschaftler arbeiten daran herauszufinden, was passiert ist. Laut ersten Analysen sind die Robben an einem Herzstillstand gestorben. Und viele hatten offensichtlich keine Nahrung zu sich genommen. Unterernährung könnte bei ihnen die Todesursache gewesen sein. Warum sie keine Nahrung zu sich genommen haben, bleibt allerdings unklar. Deshalb wurde jetzt eine Kommission gegründet. Sie soll die genauen Gründe für den plötzlichen Robbentod aufklären.